hallo meine freunde erinnert ihr euch noch an diese person leider ist schon nicht mehr da schade aber ich versuche dasselbe die leute mit meinen videos bisschen auszuheibern deswegen diese verkleidung wegen corona auch diese handschuhe habe ich an und ich kann ja auch mal ein bestes von mir geben aber ich komme nicht an sie ran nein das will ich ja nicht ich will mit meinen mitteln meinen ideen auch die leute zum lachen bringen und zwar was ist ein komposthaufen ich werde euch jetzt einblenden und erklären ein komposthaufen ist wenn die post kommt und man legt sie auf einen haufen so wie in den bildern eben das war meine freunde ich hoffe ihr habt spaß und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder beim nächsten mal wieder auf wieder sehen